Das Vereinigte Königreich ist heute eine der größten Volkswirtschaften der Welt und hatte möglicherweise den größten Einfluss darauf, die Welt ins moderne Zeitalter zu führen, indem es Vorreiter der industriellen Revolution war. Das macht die wirtschaftlichen Probleme, die wir gleich erkunden werden, schwer zu akzeptieren. Der abnehmende Einfluss der britischen Wirtschaft sowie die sozialen, politischen und finanziellen Probleme, die damit einhergehen, müssen nicht zwangsläufig auftreten, wenn es der Wirtschaft gut geht. Es ist leicht, eine gute Wirtschaft am Laufen zu halten, die Währung bleibt stark, Investitionen fließen, die Kreditaufnahme erfolgt zu niedrigen Zinssätzen und politische Stabilität fördert langfristige wirtschaftliche Pläne. Wenn eine Wirtschaft jedoch stagniert oder schrumpft, wird die Währung weniger attraktiv, die Kreditaufnahme wird schwieriger, Investitionen werden vermieden und politische Entscheidungen werden von denen getroffen, die den Wählern die größten Versprechungen machen können. Die aktuelle Situation des Vereinigten Königreichs ist leicht erkennbar, das Land ist bei weitem nicht mehr so global einflussreich wie früher, und seine Wirtschaft konzentriert sich zunehmend auf wenige Branchen, die dem durchschnittlichen Briten wenig nutzen. Die Wirtschaft, die den Weg in die industrielle Revolution wies und den größten wirtschaftlichen Boom in der menschlichen Geschichte auslöste, kämpft heute mit sehr realen Problemen wie Armut und drastischer regionaler Ungleichheit. Das größte Problem ist jedoch vielleicht, dass es möglicherweise nicht von Bedeutung ist. Die tatsächliche wirtschaftliche Lage des Vereinigten Königreichs wird, wenn überhaupt, unterberichtet, da das Land schnell zu einer Zweigeschwindigkeitswirtschaft wird, mit extremem Wohlstand in London und wirtschaftlichem Niedergang überall sonst. Die beiden Hälften gleichen sich im Durchschnitt aus, aber die Lebensqualität der meisten Teilnehmer im Vereinigten Königreich geht rückwärts. Wenn die Entscheidungsträger keinen Druck verspüren, diesen Trend umzukehren, wird er wahrscheinlich weitergehen, was großartig für alle sein wird, die das Glück haben, in den globalen Industrien Londons beschäftigt zu sein, jedoch auf Kosten aller anderen im Land. Es ist, wenn überhaupt, eine wirklich interessante Fallstudie darüber, was wirtschaftlichen Erfolg in der modernen Welt definiert. Warum fällt das Vereinigte Königreich trotz Jahrhunderten der Dominanz plötzlich zurück? Hat das Wachstum Londons auf Kosten des Rest des Landes stattgefunden und wird es überhaupt möglich sein, diese Probleme umzukehren, jetzt, da sie Fuß gefasst haben? Die Verwaltung der Wirtschaft eines Landes und die Verwaltung individueller Finanzen sind sehr unterschiedliche Angelegenheiten. Ein Land kann massive Schulden eingehen, um in öffentliche Dienstleistungen zu investieren, solange die Gesamtwirtschaft wächst, gilt dies als gute Investition. Aber für Einzelpersonen ist es wichtig, sorgfältig darüber nachzudenken, wohin man sein Geld steckt. Deshalb arbeiten wir mit Trading212 zusammen, einer Investitionsplattform, die in diesem Monat haben wir die Wirtschaften von Italien und Griechenland erkundet, zwei weiteren europäischen Wirtschaften, die seit Mitte der 2000er Jahre stagnieren. Es ist wichtig zu beachten, dass das Vereinigte Königreich nicht in einer so schlechten Situation ist wie diese Länder, zumindest noch nicht. Aber die Herausforderungen, denen das Vereinigte Königreich gegenübersteht, sind unterschiedlich und möglicherweise weniger schwerwiegend, aber schwieriger zu bewältigen. Das größte Problem ist einfach ein Vertrauensverlust. Es gibt einen Grund, warum wir immer etwas so Ambivalentes wie Vertrauen in unsere Erkundungen aller nationalen Volkswirtschaften aufnehmen und es sogar in unsere Bestenliste aufnehmen. Das liegt daran, dass es eine der wichtigsten Dinge ist, die jede Volkswirtschaft aufbauen kann, und wenn es einmal verloren ist, kann es sehr greifbaren Schaden anrichten. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs hat offensichtlich einen langen, langsamen Rückgang von ihrem Höhepunkt als weltbeherrschende koloniale Macht erlebt, aber ihre wirtschaftlichen Probleme, wie sie heute existieren, begannen am 16. September 1992, jetzt liebevoll als schwarzer Mittwoch bekannt. Vor diesem Tag hatte das Vereinigte Königreich zwar seine Probleme, wurde aber immer noch als eine der stabilsten und zuverlässigsten Volkswirtschaften der Welt angesehen, um Handel, Finanz, Geschäfte und Investitionen zu handhaben. Das Pfund war immer noch die weltweit zweitmeist genutzte globale Währung und hatte den Ruf, genauso stabil wie das britische Pfund zu sein, eine Redewendung, die heute vielleicht nicht mehr so viel Sinn macht. Zwei Jahre vor diesem schicksalhaften Tag trat das Vereinigte Königreich in ein Abkommen ein, das als Wechselkursmechanismus oder ERM bekannt ist. Dies war sozusagen ein Vorläufer des Euro. Das Abkommen verband die wichtigsten Währungen Europas miteinander und legte einen im Wohaus vereinbarten Wechselkursbereich fest. Wenn der Wechselkurs eines Landes zu einem anderen Mitgliedsland zu hoch oder zu niedrig wurde, mussten die Zentralbanken dieser beiden Länder eingreifen, um ihn wieder in den vereinbarten Bereich zu bringen. Dies war ein sehr kostspieliger Prozess, der bedeutete, dass die Zentralbanken aller beteiligten Länder viele Reserven aller anderen Länder vorhalten mussten, um sicherzustellen, dass sie die Währungen kaufen oder verkaufen konnten, die sie benötigten, um ihre eigene Währung im vereinbarten Preisbereich zu halten. Zumindest in der Theorie war das Ganze nicht so dumm, wie es sich anhört. Durch die Kontrolle der Wechselkurse zwischen den Ländern sollte es Unternehmen erleichtert werden, grenzüberschreitenden Handel und Investitionen zu betreiben, ohne sich dem Risiko von Wechselkursschwankungen auszusetzen. Ein französisches Unternehmen, das in ein italienisches Unternehmen investierte und dieses dann verdoppelte, würde davon profitieren. Aber wenn der italienische Lire in dieser Zeit an Wert verlieren würde, wäre das französische Unternehmen wieder am Ausgangspunkt. Der Wechselkursmechanismus machte dies theoretisch unmöglich, was den Handel und die Investitionen zwischen den großen Volkswirtschaften Europas erheblich erleichterte. Das Vereinigte Königreich hatte sich zunächst nicht für dieses System angemeldet, als es 1979 von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, dem Vorläufer der Europäischen Union, eingeführt wurde. Es dauerte elf Jahre, bis das Vereinigte Königreich dem Abkommen beitrat, nachdem politische Spannungen im Land die Vor- und Nachteile der indirekten Anbindung ihrer weitaus dominanteren globalen Währung an den Rest Europas aufgeworfen hatten. Leider war 1990 nicht die ideale Zeit, sich dem ERM anzuschließen. Dies fiel mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland zusammen, was auf den ersten Blick möglicherweise nicht viel miteinander zu tun hat, aber lassen Sie es uns erklären, der Osten, der ein Satellitenstaat der UdSSR war, war wirtschaftlich weniger entwickelt als der Westen. Das neue vereinte Deutschland musste einen Weg finden, Millionen von Menschen aus der absoluten Armut zu befreien, veraltete Industrien massiv zu modernisieren und eine verbindende Infrastruktur aufzubauen, und das alles, ohne die existierende Wirtschaft im Westen zu zerstören, die im Vergleich dazu sehr gut lief. Der Grund, warum dies für das Vereinigte Königreich wichtig war, liegt darin, dass Deutschland beschloss, die Zinsen zu erhöhen, um ausländische Investoren dazu zu verleiten, Geld in Deutschland anzulegen, wo sie eine gute Rendite erzielen konnten. Dann könnte Deutschland einen Teil dieses Geldes verwenden, um die Investitionen zu tätigen, die es benötigte, um den Osten auf Vordermann zu bringen. Dies war ein unkonventioneller Ansatz, denn normalerweise senkt eine Regierung, wenn sie die Wirtschaft auf diese Weise ankurbeln möchte, die Zinsen, damit Unternehmen und Einzelpersonen mehr Geld leihen können, um wirtschaftliche Aktivitäten durch Ausgaben und Geschäftsbetrieb zu fördern. Deutschland entschied sich jedoch dagegen, dies zu tun, aus Angst vor der Möglichkeit von Inflation, wenn der wirtschaftliche Schock der Integration des Ostens die Produktion beeinträchtigen würde. Deutschland hatte zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg schreckliche Hyperinflation durchgemacht, die Armut im ganzen Land verbreitete und zu politischer Instabilität führte. Daher schien die Erhöhung der Zinsen eine bessere Option zu sein. Das Problem war jedoch, dass dies den Wechselkursmechanismus, ERM, beeinflusste, dem das Vereinigte Königreich gerade beigetreten war. Als Deutschland die Zinsen erhöhte, um ausländische Investitionen anzuziehen, stieg der Wert der deutschen Mark im Vergleich zum Pfund und anderen Währungen. Dies führte zu einem Problem für das Vereinigte Königreich. Ihr Pfund war bereits in Schwierigkeiten und die Wirtschaft kämpfte. Um den Wechselkurs im ERM zu halten, musste das Vereinigte Königreich seine Zinsen erhöhen, was jedoch den wirtschaftlichen Problemen entgegenstand, mit denen das Land bereits konfrontiert war. Der Druck auf das britische Pfund im ERM stieg weiter und am 16. September 1992, dem schwarzen Mittwoch, erreichte er seinen Höhepunkt. Die Spekulanten, darunter der berühmte Investor George Soros, setzten darauf, dass das Vereinigte Königreich den Wechselkurs nicht aufrechterhalten könnte. Als die Bank of England letztendlich aufgeben musste, das Pfund zu stützen, fiel es dramatisch und das Vereinigte Königreich musste das ERM verlassen. Der schwarze Mittwoch war eine ernsthafte Schmach für das Vereinigte Königreich und hatte weitreichende Auswirkungen. Die Wirtschaft erlitt einen schweren Schlag und das Vertrauen in die britische Fähigkeit, eine starke Währung aufrecht zu erhalten, wurde erschüttert. Die Ereignisse von 1992 hatten lang anhaltende Auswirkungen auf die britische Wirtschaft und trugen zu den späteren wirtschaftlichen Herausforderungen bei. In den folgenden Jahren erlebte das Vereinigte Königreich eine gewisse wirtschaftliche Erholung, aber die langfristigen Auswirkungen von schwarzen Mittwoch, gepaart mit anderen globalen und internen Herausforderungen, haben die Wirtschaft des Landes in eine Phase der Unsicherheit und Anpassung geführt. Es ist ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren, das die heutige Situation geprägt hat. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Vereinigten Königreichs sind also nicht auf einen einzigen Punkt zurückzuführen, sondern das Ergebnis einer komplexen Geschichte wirtschaftlicher Entscheidungen, geopolitischer Ereignisse und globaler wirtschaftlicher Veränderungen. Die aktuellen Herausforderungen erfordern eine sorgfältige Analyse und kluge politische Maßnahmen, um das Vereinigte Königreich auf einen stabilen wirtschaftlichen Kurs zu bringen. Es ist eine Geschichte von Höhen und Tiefen, von Erfolgen und Herausforderungen. Das Vereinigte Königreich, einst eine treibende Kraft in der industriellen Revolution und eine weltweite wirtschaftliche Macht, findet sich nun in einem Wandel. Die Konzentration auf die Finanzindustrie in London, während andere Bereiche des Landes vernachlässigt wurden, hat zu einer ungleichen Verteilung von Wohlstand geführt. Die britische Währung, das Pfund, das einst eine stabile und weltweit akzeptierte Währung war, hat an Wert verloren. Die Finanzindustrie in London, obwohl sie die zweitgrößte der Welt ist, hat nicht unbedingt zu einer nachhaltigen Entwicklung im gesamten Land beigetragen. Im Gegenteil, sie hat dazu beigetragen, dass das Pfund überbewertet bleibt, was die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie beeinträchtigt hat. Die Infrastruktur des Vereinigten Königreichs altert, die Bildungseinrichtungen werden vernachlässigt und die Nutzung von Technologie bleibt hinter den globalen Standards zurück. Dies führt zu geringerer Produktivität und weniger globaler Wettbewerbsfähigkeit der Arbeitskräfte. Briten in hochqualifizierten Berufen können oft mehr in Ländern wie den USA, Kanada, Australien oder sogar asiatischen Finanzzentren verdienen. Diese Ungleichgewichte haben zu einem Bevölkerungsrückgang geführt, da hochqualifizierte Arbeitskräfte das Land verlassen und sich anderswo niederlassen. Die negativen Auswirkungen dieser Situation werden besonders in Regionen außerhalb London spürbar, wo die Armut zunimmt und die Lebenshaltungskosten oft nicht mehr bezahlbar sind. Die Unsicherheit über die wirtschaftliche Zukunft des Vereinigten Königreichs hat dazu geführt, dass Investitionen zögern und Geschäftsabschlüsse schwieriger werden. Das Vertrauen in die Stabilität des Landes, einst eine Stärke, ist geschwächt. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Analyse keine endgültige Verurteilung ist. Wirtschaften können sich ändern, politische Maßnahmen können ergriffen werden, um die Richtung zu ändern, und die Zukunft bleibt ungewiss. Die Herausforderungen sind real, aber so sind auch die Chancen für Erneuerung und Wachstum. Es liegt an den politischen Entscheidungsträgern, kluge und strategische Maßnahmen zu ergreifen, um die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs wieder auf einen nachhaltigen Kurs zu bringen. Das erfordert nicht nur kurzfristige Lösungen, sondern auch langfristige Visionen, um die strukturellen Probleme anzugehen. In einem sich ständig verändernden globalen wirtschaftlichen Umfeld bleibt die Anpassungsfähigkeit entscheidend. Das ist ein Wachstum.